Als Österreicher muss man natürlich mit Marcel Hirscher die Daumen drücken, aber ich glaube Christoph Hassen, der Henrik, wird sicher ein heisst sein. Marcel Hirscher und Daniel Juhl natürlich als Schweizer Fan. Luca Henny, absoluter Favorit heute. Der Favorit ist wahrscheinlich Marcel Hirscher, so wie alle sagen, aber Neureuther ist natürlich unser Favorit. Das wird sich zeigen. Nein, 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 die haben keine Chance. Heute ist eine scheissige Piste, steil wie ein Kalb oder Heimforteile. Eindeutig. Hopp Schweiz, hopp Schweiz, hopp Schweiz, hopp Schweiz, hopp Schweiz.